Kurz vor Feierabend im härtesten Job Hessens. 150 Meter unter dem Funkhaus und ohne Tageslicht. Die Jungs aus der FFH Comedy Redaktion. Boris, warte mal kurz. Der Felix Möse hat gerade angerufen. Der braucht noch einen Gag zum Thema Erdbeeren. Die Saison geht los. Ja, da kommt er ja wieder früh. Ja, habe ich auch gesagt. Meine Frau achtet ja darauf, dass die Erdbeeren aus Deutschland sind. Ich frage so heute Abend mal, ob die sich mit denen unterhalten will. Ja, ja, ja. Der ist ja mal richtig gut. Aber ich habe auch noch einen, Dirk. Pass mal auf. Okay. Michaela Schäfer wäre ja die ideale Erntehelferin beim Erdbeer pflücken. Frag mal, wieso? Wieso? Na, sie hat zwei Riesenkörbchen und die Erdbeeren werden bei ihrem Anblick schneller rot. Ja, der ist auch schön. Ja. Für einen erfahrenen Gärtner gehört ja auf Erdbeeren Pferdemist. Ich bleibe trotzdem bei Sahne. Oh, der ist aber auch richtig gut. Obwohl, ich frage mich ja, warum der ausgerechnet von uns Erdbeergs will. Der sagt doch immer, wir sind eine Gurkentruppe. Eben. Komm, sagen wir, uns ist nichts eingefallen. Ja, komm, machen wir Schluss mit lustig. Genau. Pendlich Feierabend im härtesten Job Hessens. Der FFH Comedy-Kenner. Jeden Nachmittag bei Hitradio FFH. W can口term im hありませんwerk. Ich bin nyerang. Ichlebrig amat. 않을 Those acostumier. Ich bin ningen Villern. Ich bin nyerang. Untertitelung des ZDF, 2020